Ich kann nicht mit meinem Leben on hold bleiben, bis der Ritter auf dem Schimmel kommt und mich holen kann. Ich dachte, ich glaube, ich bin selbst der Ritter. Hast du eine hypochondrische Adre? Gar nicht. Gar nicht? Nein, eigentlich nicht. Ich fühle mich meistens gesund. Und wenn irgendjemand von Krankheiten spricht, beziehe ich es nicht auf mich. Und ich denke, das könnte ich bekommen. Also zum Glück kann ich das nicht. Von daher haben wir auch noch viele Leute gewarnt, dass wenn ich diesen Job mache, dass ich doch jetzt offensichtlich ein Hypochondor werden müsste. Das glaube ich jetzt weniger. Ich glaube, das ist eine sehr gute Grundvoraussetzung, dass du diesen Job machen kannst. Genau. Für alle, die nicht wissen, von was wir reden, du stehst seit neuestem für PULS, für das Magazin vor der Kamera. Wieso passt diese Sendung zu dir? Vor allem wegen der Machart, glaube ich. Also ich finde es mega schön, dass wir jetzt raus zu den Leuten gehen, also man sitzt nicht in einem Studio und spricht, sondern ich erlebe Menschen in ihrem Alltag. Man spricht auf Augenhöhe und jetzt sind es halt Gesundheitsthemen. Aber das rausgehen, das liegt mir, glaube ich, sehr. Und das Gesundheitsthemen finde ich natürlich spannend. Je älter man wird, desto wichtiger wird das Thema. Nicht zwingend, weil man jetzt gerade selber unter etwas leidet, sondern weil man merkt, die Älteren werden älter, da kommen wir einzelne Themen auf und im Umfeld gehört man mehr Sachen. Und dann merkt man, es ist im Fall doch nicht so selbstverständlich. Hättest du gerade eine Frage, welche Gesundheitsthemen dich als junge Frau am meisten beschäftigt? Oder einfach aktuell beschäftigt? Hey, wir beschäftigen ganz viele verschiedene Sachen. Was wir jetzt als erstes Thema für mich haben, das sind sexuell übertragbare Krankheiten. Und das glaube ich, das ist ein sehr junges Thema, gerade im Zeitalter von Dating-Apps und so. Da habe ich das Gefühl, die Leute müssen noch mal genauer aufgeklärt werden, weil es ist erschreckend, wie wenig Bescheid, dass man weiss. Und deswegen finde ich, das ist jetzt zum Beispiel ein tolles Thema, das auch für mich eine Überwindung ist. Man redet ja auch nicht so offen darüber. Man hat so ein bisschen Hemmungen. Aber dann habe ich gefunden, wenn man so einstiegt mit einem Thema, das ein bisschen schwieriger ist, kann man wie gleich das Eis brechen. Genau, und dann kann man wie über alles reden. Wann hast du für dich jetzt in deinem Leben vielleicht das erste Mal so richtig realisiert, wie wichtig Gesundheit eigentlich ist? Anfangs 20 hatte ich mal Hexenschuss. Und das ist für mich so, was, wie kann man als so junger Mensch einen Hexenschuss haben? Weil es läuft falsch. Und dann konnte ich die Steine nicht darauf gehen. Ich war wirklich fast gestorben von Schmerzen. Und als das dann wieder ging, habe ich gejubelt. Ich dachte, wow, ich kann die Steine darauf und ab. Und das war für mich bis zu diesem Punkt immer selbstverständlich. Und nicht etwas, das ich einmal fragen würde. Und dort habe ich gemerkt, okay, jetzt wird es langsam ein Thema. Jetzt hat doch jeder von uns eine körperliche Schwachstelle, die angeht, wenn man sich vielleicht zu wenig bewegt oder wenn es zu viel ist. Was ist das bei dir? Den Bauch. Also ich bin jemand, der sehr gerne Zucker hat. Und das sammelt sich bekannterweise einfach gerne mal am Bauch an. Und nicht nur wegen dem Optischen oder so, wo ich am meisten Mühe damit habe. Sondern auch mit dem Gesundheitsaspekt, weil ich weiss so, hey, das sind so Sachen, die schlecht laufen könnten, wenn du dich nicht jetzt darum kümmerst. Also du meinst nicht den Bauch im Sinne von dem Magen? Es gibt ja auch viele Leute, die Stress haben, sind wie so Magenprobleme. Sondern es lagert sich. Ah nein, Fett. Fett, das sich ansetzt. Ganz einfach. Das sieht einfach nicht gut aus. Und zweitens einfach Angst und Respekt macht. Ich denke so, hey, wenn ich so weitermache, könnt ihr irgendwann mal Diabetes Typ 2 haben oder so. So Sachen, wo du weisst so, ah, könnte gefährlich werden für die Leber, für die Nieren und all das. Wie haben eure Eltern euch erzogen, was jetzt die Gesundheit betrifft? Ist da geschaut worden, dass ihr euch bewegt und dass ihr gesund essen und so? Wir sind recht eine bewegungsfaule Familie. Also unsere Stärke ist so das Kulturelle. Aber Sport haben wir als Familie nie gemacht. Das Maximum ist so ein Spaziergang. Meine Mitschüler sind mit der Familie auf eine Velotour gegangen oder Ski fahren. Und wir haben nie solche Dinge gemacht. Nicht einmal. Oder wandern. Niemals. Nicht. Aber ich muss sagen, meine Mami ist top, was das Kochen betrifft. Also man hat sehr viel Gemüse. Man hat ja möglichst einen farbigen Tauer. Jeden Tag. Deine Familie ist 1985, stimmt, dass sie von Sri Lanka in die Schweiz kam. Zuerst aber eigentlich nur deine Mami mit deinem Bruder. Wieso ist sie alleine? Das hat mit dem Bürgerkrieg in Sri Lanka zu tun gehabt. Das ist zum Glück mittlerweile beendet. Aber damals war es halt so eine Situation, dass es gefährlich ist geworden. Mein Vater hatte einen Job in Saudi-Arabien. Er hat dort als Architekt geschaffen. Er schickte Geld und kam nur in den Ferien. In dieser Zeit wurde es kritisch in der Gegend, in der meine Mutter gelebt hat. Das war natürlich etwas sehr untypisches. Normalerweise gehen junge Männer voraus. Sie ist eine taffe und mutige Frau. Sie nahm das einfach selber in die Hand und fing, ich gehe voraus. Meine Mutter hat den typischen Flüchtlingsweg über verschiedene Stationen, verschiedene Länder, Schlepper, und Sachen. Also wirklich den schwierigen Weg zu machen. Für was bewunderest du sie? Meine Mutter bewundere ich für ihren Mut und für ihre Unabhängigkeit. Ich glaube, sie hat sich in Sri Lanka beigebracht. Weil das war etwas verpönt. Sie hat einen Mann geheiratet, den sie geliebt hat und nicht die Familie vorgeschlagen. Und all diese Sachen, die ich so fand, sind nach ihren eigenen Regeln gegangen. Du bist in der Schweiz geboren, bist aber natürlich mit beiden Kulturen aufgewachsen. Ja. Welche, würdest du sagen, war präsenter? Zuhause ist es ganz klar die tamilische Kultur. Die ist super präsent. Sobald ich die Haustür verlassen habe, hallo Schweiz. Freundinnen und Freunde und Umfeld und Lehrer und Mitarbeiter und sind natürlich in einer anderen Welt gewesen. Und das ist wie so, du switchst jeden Tag hin und her. Es gab schon Momente, wo ich mir gewünscht hätte, hätte ich nicht einfach in Sri Lanka aufwachsen können oder könnte ich nicht einfach eine Schweizerin sein? Dann wäre doch so viel einfacher und ich müsste nicht immer doppelt Gedanken machen, was jetzt okay ist und was nicht. Es ist ein Leben mit verschiedenen Facetten. Und es sind beide genau gleich präsent und gleich wichtig. Welche tamilische Traditionen sind so sehr präsent? Mit welchen bist du tagtäglich aufgewachsen? Familie, Familie, Familie. Ich habe das Gefühl, in der Schweiz denkt man viel für sich, als Individuum, was auch schön ist. Dass man sich entfalten darf und seine eigenen Wünsche und all das. Und in der tamilischen Welt denkst du viel mehr als Rudel, sage ich jetzt mal. Bist du heute ein Rudeltier? Ja. Also ich bin jetzt Anfangsjahr wieder zurückgezogen in meine Hunde, als ich aufgewachsen bin. Und dort wohne ich jetzt in einem Mehrgenerationenhaus mit meiner ganzen Familie. Und das geht nur, weil ich ein Rudeltier bin. Ich hatte so ein wenig meine Vorbehalte. Und dann bin ich nach Hause und habe gemerkt, wie ist sie? Es ist viel besser als früher. Du hast ja eben schon bis 30 wieder älter gewohnt. Was? Eigentlich genau aus dem Grund, dass man in der Community erst aussieht, wenn man heiratet. Mhm. Wieso bist du dann mit 30 trotzdem gegangen? Ja, vollkommen Lassi. Also bis 30 habe ich, glaube ich, noch so ein wenig darauf gehofft, dass ich das perfekte Bild erfüllen kann. Und dann merkte ich, das Leben hat seine eigenen Regeln und es kommen Dinge, die du nicht erwartet hast. Wie mein Beruf, der immer besser und besser wird. Und irgendwann habe ich den Verdacht bekommen, ich kann nicht mit meinem Leben on hold bleiben, bis der Ritter auf dem Schimmel daherkommt und mich holen kann. Weil ich dachte, okay, ich glaube, ich bin selber der Ritter. Ritterin, meine eigene. Und wie war das für deine Eltern? Du hast in diesem Moment wahrscheinlich schon mit dieser Tradition abgebrochen. Ja, voll. Ja, das war für sie mega schwierig. Jetzt gehst du alleine, damals noch auf Bern und dann noch schlimmer auf Zürich, ich bin noch weiter weg und so. Und dann bist du nicht einsam und so. Dann war ich auch ein bisschen. Aber das konnte ich natürlich ihnen gegenüber nicht zunehmen. Dann musste ich stark sein und sagen, nein, ich finde das super und das will ich jetzt so. Dass es nicht zu viele Diskussionen gibt. Aber es war gut, dass ich das gemacht habe. Und vor allem auch lernen, mit sich alleine zu sein. Und nicht immer so bald irgendwie der leiseste Anflug von Langenwild gehst du zu deinem Bruder oder deinen Eltern. Oder weisst du, dass immer jemand da ist. Also auch lernst du. Es ist total okay, wenn es ruhig ist. Ich bin ein geselliger Mensch. Und alleine sein ist eine mega Herausforderung für mich. Und das war gut, dass ich das erlebt und auch gelernt habe. Wir haben jetzt vorhin mit Traditionen brechen und rebellieren. Wie war das als Kind? Ich nehme an, du durfst nicht die gleichen Sachen wie deine Schulgespändchen immer durften. Im Jugendalter war es am schwierigsten. Es gab einen Abschlussbau, wo ich nicht mitmachen konnte. Oder ein Jugendtreff oder ein Ski-Lager. Das hat mir total gefällt. Und meine Eltern wollten mich damals beschützen, weil sie nicht wussten, was das ist. Das war nicht so cool. Als Jugendlicher hatte ich noch so viel Verständnis für meine Eltern. Ich wollte eine gute Tochter sein, weil die Eltern stolz sein können. Und auch nicht negativ auffallen, gerade in unserer Community. Weisst du, wo viel geredet wird. Man ist stark miteinander vernetzt. Das war mir wirklich wichtig. Der Ruf. Und wie war der Ruf? Was heisst, dass Hamma sieht jetzt aus? Und ist aber Single quasi? Das hatte ich erst mit 30. Das hat niemand mehr interessiert. Ah ja. Der Fokus ist immer auf den Jugendlichen. Zwischen 15 und vielleicht 23, 24. Ich glaube, der Druck war kurz vor den 30. Am höchsten. Dort habe ich gemerkt, alle schauen, kommst du jetzt auch noch? Und ich hatte den Druck selber auch mega verspürt. Und dann macht das Ergnehmens so, Puff. Und merkte ich so, heisse, jetzt kann ich einfach mein Leben leben. Und wenn es dann mal so weit ist, noch so gerne. Und wer nicht, es geht mir doch gut. Müsste dann ein Tamil sein? Nein. Ich bin ganz ehrlich und sage, ein Tamil, der hier aufgewachsen ist, wäre non plus ultra. Weil, wie ich das vorhin beschrieben habe, mit diesen Kulturswitches, die vollautomatisch funktionieren. Mit null Aufwand. Ohne, dass ich das erklären muss. Wenn ich jemanden finden würde, der sonst noch von Mensch zu Mensch passen würde, und auch noch den Background kennt, von beiden Seiten. Das ist so ein wenig wie die Idealforstellung. Ähm, aber es muss nicht immer perfekt sein. Der Mensch muss gut sein. Ich habe noch eine letzte Frage. Yes. Wie ist es jetzt für deine Eltern, dich so im SRF, wirklich in einer der grossen Sendungen dort zu sehen? Ich bin gespannt, ob sie es überhaupt an den Augenregel machen würden. Bei ihnen ist es wichtiger, dass ich ein guter Mensch bin, als dass sie irgendwelche berufliche Sachen erzielen. Aber sie sind trotzdem stolz auf mich. Also weisst du, das ist natürlich schon toll. Meine Mutter hat mal gesagt, ich glaube, ich sage dir das zu wenig. Aber ich finde es toll, dass du beim Fernsehen moderierst. Und ich bin stolz auf dich. Das war wie so Balsam. Weil gerade Tabilis Eltern sagen nicht, dass sie stolz auf dich sind. Sie fordern immer mehr und finden so, ja, das kannst du noch etwas und das kannst du noch etwas besser machen. Und das war richtig schön, mal wieder zu hören, dass sie stolz auf mich ist. Und von daher habe ich das Gefühl, ich finde es nicht schlecht, dass ich das jetzt machen darf. Ich wünsche dir ganz viel Freude und ganz viel Erfolg beim Ankommen in der neuen Sendung. Schönen bist du da gewesen. Danke vielmals.